hallo herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal ich sitze im warmen wohnzimmer wie ihr seht und gehe mit packsecken in denen auch was drin ist endlich kann es mal losgehen der kevin und ich wir haben mitte des jahres geplant ende oktober anfang november den forschstein zu bewandern und was ich so auf dieser tour mitnehmen das möchte ich euch gerne zeigen kurz zum forststark als 100 kilometer lang die 2800 meter hoch und 2800 meter runter gilt als schwer mehr möchte ich dazu jetzt aber nicht sagen dafür gibt es die anderen videos fangen wir mal an verpackt wird das ganze in meinem neuen rucksack das ist ein osprey exos 58 mehr sage ich auch hier nicht dazu denn dann möchte ich dann ende wenn die tür herum ist auch noch mal ein extremes review und erfahrungsbericht zum schlaf set up als bodenplaner dient mir schon seit langem diese ja ich weiß gar nicht das ist irgendeine china plane 1 meter 80 auf 2 meter die habe ich schon einige zeilen gebraucht und bin sehr zufrieden damit auch die wird diesmal auch wieder dabei sein dann habe ich meine expert sinat ul 7 m dabei die habe ich hier verpackt in dem snorlopack also in einem pump sack macht sich recht gut und dann kommt mein schlafsack auch hier werde ich nicht näher darauf eingehen denn der ist auch neu auch hier wird es nochmal extra review geben und ein vorstellungs video und ein erfahrungsbericht wie er sich geschlagen hat und als regenschutz mein ultra light tarp dd 12 meter 90 ist 3 meter das sind noch vier oder fünf harten herringen dabei auch die alu herringen super leicht und ein paar schnüre das ist mal das schlaf set up nachdem ich das jetzt im rucksack verstaut habe geht es weiter mit dem kochset als kochset geht mit meine pfanne mein titantupf mein kleiner gasbrenner und dieses briecherchen faltbriecherchen für den kaffee eine gas kartusche und ein löffel das sollte auf jeden fall reichen das machen wir auch wieder rein ursprünglich wollte ich eventuell ein edelstahl kochset mitnehmen aber dann hat doch dieses set gewonnen das andere set hätte sich vielleicht etwas besser verstauen lassen aber bis jetzt hat dieses set immer gut funktioniert und das wird es wahrscheinlich auch weiterhin so auch das habe ich jetzt wieder im rucksack verstaut und weiter geht es mit den lebensmitteln da habe ich zwei beutel und die sind auch am schwersten die machen am meisten an gewicht aus und damit ihr mal seht was da drin ist das machen wir jetzt mal aus da sind solche reisebeutel drin pro tag einen und in jedem beutel ist mindestens ein wüslerriegel ein schokoriegel hier zum beispiel das ist der sonntag da gibt es selbst getrocknet alles hier das ist reis mit thunfisch da habe ich letzte woche einen abend lang gerichte gekocht und habe sie gedört für diese tour noch ein wüslerriegel für zwischendurch also so um die mittagszeit ungefähr dann zwei päckchen kaffee noch was süßes für die nerven und da das der sonntag ist und wir da starten ist hier kein frühstück drin wieso ist dann kein frühstück drin ganz einfach wir starten sonntags wir reisen samstags an und starten sonntags morgens das heißt wir haben eine nacht im hotel und frühstücken noch im hotel dann befindet sich in diesem beutel noch so ein becher wozu der gut ist sage ich euch gleich jetzt nehme ich mal noch ein anderes päckchen raus das ist der montag da ist auch wieder drin zweimal kaffee naja hier ist sogar dreimal kaffee drin ich gönne mal was dann wieder müslerriegel schokolade beziehungsweise blutlo was süßes für zwischendurch da habe ich aber am montag gönne ich mir ja was mit kaffee drin viel süßes und am montag gibt es wieder selbstgemacht Nudeln mit Hackfleisch da hat jede portion ungefähr 200 Gramm oder 260 Gramm da wir ja abends essen ich werde das morgens nach dem frühstück oder beim frühstück wenn ich mein Müsli gegessen habe es gibt also hier Kovic an diesem Morgen das ist eine Portion wenn ich das gegessen habe und dann zusammengeräumt habe dann werde ich hier dieses Gericht in diese Flasche füllen und werde sie mit ungefähr 260 Milliliter Wasser füllen damit das Biozent aufweichen kann und abends im Lager aufkochen ich mache das jetzt schon einige Zeit so und muss sagen ich habe damit gute Erfahrungen und es hat bis jetzt nicht mehr geschmeckt gut ich packe das jetzt gerade nochmal weg also verhungern werde ich nicht das ist immer meine größte Angst ich bin mal gespannt was ich davon wieder mit nach Hause nehme wie gesagt in diesem schwarzen Beutel ist dafür jeden Tag ein Gericht bzw. die Tagessektion drin was es zu essen gibt da haben wir so hier ist der Sonntag hier ist der Montag hier ist der Freitag hier ist der Mittwoch hier ist der Mittwoch fühlt sich auch ganz gut an hier ist der Donnerstag und das ist der Dienstag wie gesagt es ist der schwerste Beutel aber es ist der einzige Beutel der auch vom Gewicht her immer weniger wird das muss man sagen ich habe glaube ich 2 2,5 Kilo ungefähr und da wird wie gesagt immer weniger so jetzt räume ich den wieder ein und zwar von Freitag der Donnerstag der Mittwoch der Dienstag der Montag und der Sonntag die Flöcher muss noch rein sonst wird das am Schluss nichts jetzt liegt hier noch ein Beutel und was ist da drin? ganz einfach ganz einfach ich kann natürlich tagsüber nicht nur von Müsli Riegel und ähm Müsli Riegel und äh Schokolade leben da ist noch ein bisschen die Pfeife drin und hier sind noch ein paar Würstchen drin das ist eigentlich so Mittag also verhungern sollte ich eigentlich nicht kann mir eigentlich einer sagen warum er immer Angst hat man verhungern und packt zu viel ein ich weiß es nicht so auch das ist verstaut als nächstes gehen wir zu der Kleidung die möchte hier drin sein ich guck grad mal hier rufe ich jetzt nicht auseinander ich sag euch ganz einfach was drin ist da ist ein kürzes Ersatz T-Shirt drin zwei Ersatzstrümpfe also zwei Paarersatzstrümpfe zwei Mal Ersatz Unterwelle und eine lange Unterhose für die Nacht das sollte eigentlich reichen und äh das war's auch schon auch da rein so dann haben wir hier noch ein Päckchen da muss ich selbst mal reingucken was da jetzt ah was hier drin ist hier ist nochmal drin eine Mütze ein Halsschal paar Handschuhe eine Regenjacke und eine Regenhose es ist wie gesagt Ende Oktober Anfang November ähm wir rechnen sogar mit Schnee was das gut sein kann es könnte also auch etwas kühler werden die Nächte das wir uns nur überraschen auch da rein auch da rein dann haben wir hier das ist auch nochmal ganz schön Gewicht im Päckchen da ist alles für die Technik drin sprich Akkus für die Cam das sind Powerbank drin Ladekabel äh ja persönliche Sachen ein Messer ist drin das Navigationssystem ist drin äh ja ein Brillen irgendwie ist drin das ist wie gesagt der Beutel mit der Technik und ein paar persönliche Sachen das wird wohl auch nicht abnehmen aber wenn ich das nicht mitnehme dann kann ich euch kein Video drehen und äh deswegen muss es mit das mache ich dann nachher rein so dann machen wir weiter dann habe ich hier eine Windjacke die habe ich auch schon immer dabei für das Kniele ich räume jetzt ich zeige euch jetzt den Rest alles und räume es dann in den Rucksack ein und dann sehen wir weiter so dann haben wir hier ein Päckchen das ist das Tareffen Päckchen das ist Reinigungs- bzw. Tareffenpapier drin und ein paar Feuchttücher dann haben wir hier ähm Beutelchen mit Zahnpasta und Zahnbürste und da ist ein kleines Sprenggeo drin hier haben wir ein Erste-Hilfe-Set dabei was auch Inhalte Tabletten also Schmerztabletten ein paar Desinfektionsmittel drin dann ist Fußcreme drin falls ich Blasen bekomme oder Probleme mit den Füßen dass da was nicht passt Blasenchlaster und ja Binden erste Rettungsdecke und 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 alles was so ein Erste-Hilfe-Set eigentlich beinhalten muss durch das durch das wo ich jetzt hier ein paar schwerer zu gehen oder geht es schwerer zu und dann habe ich hier noch ein Poncho jetzt habe ich ja vorhin gesagt ähm ich habe eine Regenhose und eine Regenjacke bei das ist richtig ich habe mich jetzt aber trotzdem entschieden mein Poncho nochmal mitzunehmen denn wenn es wirklich den ganzen Tag regnet und ich habe zwar hier mit dem Rucksack eine Schutzhülle drüber aber aber ich habe dann Bedenken dass das Wasser hier hinten über dieses Ding hier ähm rein läuft und hier die Sachen entfällt der Rucksack so richtig nass wird um das zu verhindern habe ich hier mein Poncho der über alles drüber geht und ich hoffe dass ich ihn nicht brauche aber wenn dann schützt er mir alles komplett dann habe ich meine Tränkingsstöcke dabei und das Stativ das war alles was ich mitnehme das ist auch genug ähm Wasser werde ich mitnehmen da schwank ich noch zwischen 2 und 3 Liter wahrscheinlich werden es eher 3 Liter weil äh man man versteigt nicht allzu viel Wasserquellen finden soll jetzt habe ich natürlich keinen Filter dabei den nehme ich extra nicht mit denn der Kevin hat den dabei und wir teilen uns den gut ich verpacke das ganze jetzt mal anständig und dann stellen wir es mal auf die Waage ich habe es jetzt auf der Waage stehen und bin jetzt bei 13,1 Kilo das heißt wenn ich noch 2 Liter Wasser mitnehme bin ich bei 15 Kilo ähm ja ich denke damit kann ich leben so das war's und während du das Video geschaut hast sitzen der Kevin und ich hoffentlich schon im Zug für nach Sachsen an den Startpunkt vom vorsteig ich hoffe du begleitest uns auch dort und das war's für heute macht's gut wir sehen uns bei der Tour Ciao